auch gut ich versuche nicht trübsinnig zu werden da können wir auch nicht hin was sollen wir denn da hochkommen bitteschön da gibt es gar nix wo wir irgendwie hochkommen da kommen die durch das auch noch ein fenster das offen steht obwohl alle mann ja toll da kommen wir nicht hoch wie scheiße ist das denn so kann man hier noch auf klettert komisch kommen wir denn hier hin sind merkwürdig alles sehr sehr merkwürdig und ich bin einfach nur zu blöd das zu sehen ganz zum bein ist das so kann ich den da oben natürlich nicht das bringt ja auch nichts sehr komisch kommt hier nicht so oder wie dass das die kommen hier hoch zum glück machen die typen hier nix ich werde krank das spiel dann wirst du halt krank müssen von irgendwo anders nämlich hoch da sind wir durchgekommen aber die lampen nerven was ist das denn was soll das blocken ach so ähm ja wie stehe ich in hell ne doch nicht so ach so guck mal hier kommen wir nicht lang aha aha okay okay und wenn ich den jetzt ausschalte merken die anderen das deswegen muss ich eigentlich warten bis der typ da weg ist oder ich erledige es mit denen da meinen gezielten kopfschuss wenn ich das schaffe erledigt erledigt okay der ist schon mal weg aha ja und bewegt sich der andere da mann ey hm hm hä warum bewegt er sich nicht naja komm ja joh ja 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 Wo ist denn hier noch einer? Wie ist so nirgends für mal einer? Hm. Wir sind doch alle tot. Achso. Gehört er dazu oder was? Na komm mal her. Voll in den Kopf rein. So. Achso. Die Beine auch oder was? Oh, eine Leiche. Oh, eine Leiche. Oh, eine Leiche. Du nervst. Haben die echt nichts mehr? Oder kommt das, weil ich dich töte? Ach, da oben ist noch einer. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Und tot. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was haben wir hier? Aha. Was ist das? Abriegelung. Achso. Nein, da will ich nicht hin. Das ist Kapitel 1. Okay, da müssen wir hoch. Was haben wir denn da? Neues Sammlerstück. Fliederbrosche. Ja, müssen wir mal hier rumgehen, um das Ding zu öffnen. Wir müssen das Ding auch noch knacken. Ja, ne, ist klar. Zack. Und so lässt man das dann rumstehen, wenn man das knacken muss. Ja, ist gut. Ja, komm. Jetzt. Jetzt. Und. Jetzt. Und. Zack. Ja, irgendwie erledige ich die Leute lieber. Anstatt die am Leben zu lassen. Ja. Und deswegen müssen wir das knacken. Ja, ne, ist klar. Wir müssen da hoch. Da nach oben. Zack. Okay. Ah, meins. Mhm. Ah, guck mal einer. Da müssen wir hoch. Da haben wir das. Wie kommen wir denn da hoch? Wahrscheinlich hier einmal so hochklettern. Ne. Hier. Wie kommen wir denn da hoch? Naja. Nehmen wir mal das Ding hier. Und schauen wir uns hier so ein bisschen um. Zack. 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 Okay. Sind wir denn hier? Hi. Wer bist du? Ach. Ja. Bei dem kann man kaufen. Hier kann man verkaufen. Okay. Breitkopfpfeil. Ist nicht immer so teuer. Zack. Zack. Danke. Wir sind fertig. Ah ja. Und aus. Brauchen kein Licht. Sie hat hier Musik. Okay. Kommen wir hier hin. Vielleicht, dass wir hochkommen überall. Wollen wir mal schauen. Rache mal, was ich gestern Abend im Black Pharoah gesehen habe. Spuck's aus. Ich rate nicht. Also gut. Die Wache wollte diesen irren Götzen verhaften. Jacob. Hat er sich gewehrt? Also gut. Die Wache wollte diesen irren Götzen verhaften. Jacob. Hat er sich gewehrt? Hm. Okay. Ich frage mich trotzdem, wo man überall hochkommt. Oder wie man da überall hochkommt. Ich bin nicht zu blöd. Achso. Ähm. Ja. Hier hätten wir nämlich auch noch was. Geht's hier hin? Äh. Na komm. Zack. Aber das ist ein ganz schönes Schloss jetzt wieder. Zu knacken. Ähm. Zack. Dann. Komm, komm, komm. Nein. Zack. Äh. Ja. Zack. Offen. Und das letzte. Komm, komm, komm. Und zack. Offen. Okay. Na, was haben wir hier drin? Was ist das? Taschenuhr. 20. Ah. Ah. Breitkopffall und Wasserfall. Und Flachmann. 4 Gold. Okay. Komm, man hier hin. Hm. Okay. Hier ist auch nichts. Kaum Licht aus. Ich brauche die Dunkelheit. Hier kann er sich nur drin verstecken. Und verlassen. Ähm, ja. Dann knacken wir mal das nächste Schloss. Schon wieder so eins. Pfui, Deibel. Die sind so mies, die Schlösser. Zack. Äh. Zack. Und. Na. Da. Da war das. Zack. Dann. Komm, komm, komm. Zack. Und. Komm. Ja, wir haben es. So. Was haben wir denn hier? Hui. Flachmann. Ach Gott. Köder und Schalter. Schalter. Breitkopffeil, Wasserfeil. Und. Wasserfeil und Breitkopffeil. Okay. Ähm. He. Zweimal Jäger. Fokus. Sammelstücke. 11 von 84. Dokumente. Was ist das? Köder und Schalter. Ach. Okay. Was ist das denn? Hier ist wahrscheinlich so ein Scheiter, oder? Hm. Werde ich ja irgendwann mal sehen. Wenn wir wieder zurück sind. Alalalala. Wir können uns aber schön frei herum bewegen jetzt. Ähm. Ja. Haben das jetzt zugemacht, dass man da nicht hochkommt? Wie armselig. Also komm ich da nicht hoch. Oder komm ich hier noch nicht weiter hoch? Kann das sein? Ich glaub so langsam ja. Dass man hier nämlich anders hoch muss. Auf jeden Fall mussten wir da hoch. Da kommen wir so nicht hoch. Hm. Zu den Typen kommen wir auch nicht rauf. Die wir da gekillt haben. Haha. Ja. Ähm. Ne. Wir kommen hier nirgends so hoch. Oder ich bin einfach nur zu blöd dazu. Kann auch sein. Ne. Ich bin einfach nur wahrscheinlich auch nur zu blöd dazu. Aha. Haha. Schade. Die haben gar nichts bei sich. Wozu keilt man die denn überhaupt? Naja. Weil es Spaß bringt. Hehe. Ich bin gemein. Ich weiß. So. Was haben wir hier? Da ist nix. Südviertel. Möchten Sie zu diesem Südviertel? Ich glaub das ist sogar das was wir machen müssen. Falsch. Zack. Ähm. Wo war das? Ziele. Ähm. Verfolgen. Ja das ist sogar das. Okay. Ja. Weiter. Und weiter geht's. Und wir sind immer noch im zweiten Kapitel. Naja nicht ganz. Das ist normales. Level. Hm. Jo. Okay. Da ist nix. Was haben wir hier? Jo Leute. Und das war mal wieder die neueste Folge von Südv. Ich hoffe das hat euch die Folge gefallen. Und ja. Und ich könnte jetzt auch so wie Konk machen immer dies und das jenes und das quatschen. Aber. Ich scheiß da drauf und mach euch immer dass ihr immer die gleiche Aufnahme habt. Davon. Was ich jetzt laber. Und deswegen. Ich hoffe das sollte euch gefallen. Und ihr lasst vielleicht mit ein Abo da. Kommentiert. Mörst ein Like da. Was weiß ich. Oder. Ihr. Es hat euch nicht gefallen. Vielleicht ein anderes Projekt von mir gefällt euch. Könnt ihr ja auch reinschauen. Wenn es gar nicht gefällt. Könnt ihr auch wieder gehen. Tschüss. Jo. Und das war's dann. Ciao. Jo.